Amazon Ethernet Adapter für Fire TV und Fire TV Stick mit Alexa Sprachfernbedienung, 2017 Modelle, Fire TV Stick Basic Edition und Fire TV Stick 4K. Verbinden Sie Ihr Fire TV oder Ihren Fire TV Stick direkt mithilfe eines Ethernet-Kabels mit Ihrem Router, kein WLAN erforderlich einfach einzurichten. Verbinden Sie den Ethernet Adapter mit dem Fire TV oder Fire TV Stick, verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Netzteil und das Ethernet-Kabel mit dem Ethernet Adapter. Stecken Sie dann das Ethernet-Kabel in den Router, um die Einrichtung abzuschließen genießen Sie die Geschwindigkeit und Verlässlichkeit einer kabelgebundenen Internetverbindung.